Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie recht herzlich zur fünften Staffel von Last One Laughing. Mein Name ist Michael Bullyherwig und ich begleite Sie die nächsten sechs Stunden durch diese Show. Sollte es im Falle von Turbulenzen zu lachen, kichern oder grinsen kommen, führe ich durch einen roten Buzzer den Spielabbruch herbei. In dieser kurzen Phase dürfen Sie sich entspannen, lehnen sich zurück und atmen Sie ruhig weiter. Sollten Sie die Person gewesen sein, die beim Känzen, Lachen oder Schmunzeln erwischt wurde, folgen Sie bitte den Anweisungen des Fachpersonals. Sie werden aufgefordert, sich eines Ihrer beiden Leben weg zu Buzzer. Sollte dies ein zweites Mal passieren, fliegen Sie leider aus der Show. Im Anschluss werde ich den grünen Buzzer im Control Room erneut aktivieren und das Spiel geht mit diesem Signal weiter. Sie haben auch die Möglichkeit, humorvolle Beiträge zu präsentieren. Bitte schlagen Sie hierzu diesen Gong. Alle anderen Teilnehmer sind dann aufgefordert, Platz zu nehmen und der Darbietung konzentrierte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Gewinnerin oder der Gewinner dieser Show darf sich über 50.000 Euro für einen guten Zweckfreund und über den schwersten Pokal der Welt. Ich begebe mich nun wieder in den Control Room. Wir werden in wenigen Sekunden starten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren freundlichen Applaus.